Unsere Kinder wachsen mit Internet, Facebook und Computerspielen auf. Sollte uns das sorgen? Guten Tag, wir möchten gerne mit Ihnen über das Internet reden. Lässt es uns hoffen? Guten Tag, wir würden gerne mit Ihnen über das Internet reden. Brauchen wir technischen Support? Muss die digital verstrahlte Kinderseele gerettet werden? Wir möchten gerne mit dir über das Internet reden. Oder geht uns das alles einfach nur wahnsinnig auf die Nerven? Netzgemüse. Alles zur Aufzucht und Pflege der Generation Internet. Von Eltern für Eltern.